Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Hero Zero, diesmal, zum ersten Mal, mit einem Nachkommentar, beziehungsweise einer Nachkommentierung, Commentary nennt man das in der neuen YouTube-Sprache. Ich habe es gestern aufgenommen am ersten Tag des neuen Wochenturniers um 20 Uhr, na okay, es war ehrlich gesagt schon glaube ich 22 Uhr, habe ich aufgenommen, habe einfach mal die kompletten 140 Energie, die mir zur Verfügung standen, durchgedonatet und ja, und habe da halt nach, wie ich schon sagte, mit Sidekick gearbeitet, da ordentlich versucht, das Beste, die beste Energie, also ich habe da eingestellt, dass ich die besten Energiewerte habe und habe dann halt so die Mission geschaut, wo die besten Energiewerte sind und habe dann halt da Donuts reingesteckt. Das Problem war, ich hatte leider nicht so viel Zeit, deswegen habe ich auch ziemlich schlechte, also normalerweise mache ich so 3 Minuten Mission oder 2 Minuten Mission, niemals mit Donuts, das wäre ja übelste Donutsverschwendung, aber gestern hatte ich keine Zeit, da waren das wirklich die einzigen 15 Minuten, die ich da in Bern konnte und da musste ich halt alles mit Donuts durchmachen, hat mich glaube ich um die 150 Donuts gekostet, aber was tue ich nicht alles, um vielleicht hier beim Wochenturnier mal unter den ersten 3 zu landen. Denn, die eine Heldentat habe ich gestern schon gewonnen, es war die, ähm, komm unter die ersten 10 Heldentat, denn unser Team hat es doch geschafft, durch schöne Kämpfe auf den 10. Platz zu kommen. Im Turnier haben wir glaube ich 50 Team Donuts bekommen und ja, das fand ich super, da habe ich die eine Heldentat abgehakt, jetzt fehlt mir nur noch die Heldentat, komm unter die ersten 3. Und ja, das versuche ich jetzt in dieser Woche zu erledigen, deswegen gibt es jetzt auch täglich ein Tagebuch von mir für euch, wo ich immer meine Eindrücke von dem Tag, ja, mit euch teile. Also am gestrigen Tag, also, beziehungsweise jetzt, den ihr gerade seht, ähm, habe ich mein Konditionsequipment angezogen, ich habe dann eine Nachricht erhalten von Nico beispielsweise, ja, der Konditionsequipment hat viel zu viel Kraft, jetzt habe ich gerade meine erste Mission verschwendet, beziehungsweise verloren, was natürlich nicht so geil war, denn da gab es mehrere. Ich weiß auch nicht, woran es lag, ich hatte Konditionsequipmentart, ich hatte glaube ich 5800 Konditionen, den Rest dann halt verteilt und ich hatte aber das Problem, ich habe nicht alle meine, äh, Klamotten, wie ihr es ja schon in der Vorbereitung gesehen habt, nicht auf Konditionen alle gebracht, sondern es war auch Kraft dabei, deswegen hatte ich um die 3000 noch etwas Kraft und das war wahrscheinlich mein Fehler für die, für manche Missionen, weswegen ich verloren habe. Ich habe glaube ich so, ähm, 6 Missionen oder so in Sand gesetzt, ich werde das am Ende nochmal, ähm, ja, durchrechnen, beziehungsweise nochmal anschauen und dann ordentlich nachzählen, damit ihr hier nochmal eine Übersicht bekommt im Let's Play, wie viel ich gewonnen habe, wie viel ich verloren habe. Jetzt, wenn ich nebenbei Zeit habe und das auch laufen lasse, die nächsten Tage, da werde ich das gleich bei der Aufnahme, äh, bei der Aufnahme, beim Erledigen mit Abhaken, ich habe hier so eine Strichelliste, wo ich dann gleich abhake, ob ich eine Mission gewonnen habe, ob ich eine Mission verloren habe oder ob ich eine Zeitmission erledigt habe, ja und dann könnt ihr selbst, ähm, sehen, immer am Ende von dem Part, ich mache jetzt jeden Tag einen Part, wo ich die Erlebnisse aus dem Tag mit euch teile und ja, das heißt, ihr könnt euch heute auf zwei Parts vorrollen, denn heute Abend kommt der zweite Part vom heutigen Tag sozusagen und ich hoffe, das ist für euch okay, wenn ihr dann mal ein bisschen mehr Euro Zero seht. Auf alle Fälle kommt auch Minecraft, das ist ganz groß, das kommt demnächst, ähm, ich bin auch ein bisschen uneinig wegen der Zeit, wann wir es aufnehmen, aber es kommt auf jeden Fall, keine Sorge. Und ich kann euch auch sagen, wenn ihr sowas vorhabt wie ich, hier mal schnell mit Donuts durchrocken und Konditionsequipment anziehen, das haut euch in der Ähre nicht runter, ich habe, wie ihr gerade seht, drei Angriffe bis dato, das waren die Odyssee-Angriffe, die konnte ich eh nicht gewinnen, da kann ich auch ohne Konditionsequipment antreten, das gewinne ich vielleicht ein, okay, aber jetzt habe ich schon wieder Mission verloren, ja, auf jeden Fall kann ich da euch durchaus sagen, dass ihr da nicht jetzt übelst in der Ähre fällt, ich weiß natürlich nicht, wie es den Leuten geht, die da weiter unten in der Ähre-Rangliste sind, ich bin da natürlich auf Platz 2, da schaut man vielleicht nicht immer nach, ob man den angreifen kann oder nicht, aber, ich habe insgesamt, ihr werdet es dann am Ende noch sehen, sechs Angriffe gehabt, drei dann noch von Nico333, wo ich zwei verloren habe mit 150 Ähre und einen gewonnen habe mit zwei Ähre, aber trotzdem, das war eigentlich vollkommen okay, ähm, habe ich insgesamt, ich glaube, ein Minus von 500 Ähre gehabt, die habe ich dann im heutigen Tag, wo es ja jetzt endlich die Heldenwochen gibt, wo ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen werde, wieder schon wieder eingeholt, das ist kein Ding, ihr saßt gerade vielleicht nochmal, 5700 Konditionen habe ich, die restlichen alle so bei 2000 bis 3500, und ja, das gefällt mir eigentlich, ähm, ich war nicht ganz überzeugt, deswegen versuche ich heute mal, am Tag 2, ähm, mein normales Equipment anzulassen, und dann vergleiche ich das einfach mal, ob es sich wirklich lohnt, da auf Kondition zu gehen, vielleicht mache ich auch noch einen Tag rein, wo ich wirklich dann versuche, nur Kondition zu haben, also wo ich wirklich nicht mehr auf Kraft gehe, sondern nur Kondition, meine ganzen Items, das habe ich bei einigen anderen wie HMC, und ich habe schon gesehen, dass die ja wirklich ihr komplettes Equipment nur Kondition haben, ich weiß noch nicht, wie die das schaffen mit dem Waschen, aber anscheinend haben sie es geschafft, und ja, ähm, ähm, ja, achso, Heldenwoche, genau, es gab eine PN von Hero Zero, dass jetzt die Heldenwochen starten, also ab heute, dem Montag, starten die Heldenwochen, das heißt, jeden Tag gibt es eine andere Grundfähigkeit, mal zwei sozusagen, also heute, dem Montag, dem 17.06. gibt es doppelt Mut, das heißt, ich habe 200 Mut, beziehungsweise ihr auch habt 200 Mut, und ich glaube, wenn man da, ähm, sechs Donuts, äh, acht Donuts reinsteckt, um das aufzuladen, hat man gleich das Doppelte, ich versuche es mal kurz, ob das wirklich dann auch, ja, geht auch auffüllen für acht Donuts, das heißt, man kriegt dann das Doppelte raus, das finde ich natürlich sehr nice für die Ere-Kämpfe, also das ist super gemacht, ähm, morgen, ich schaue mal kurz, ich, ähm, auf meine schlaue Liste, das seht ihr ja alles in der PN, Heldenwoche in Hero Zero, am Dienstag könnt ihr die Waschmaschine doppelt benutzen, ne, ist jetzt nicht so interessant für die Leute, die das eh nicht so oft benutzen, aber am Mittwoch, streich euch den Mittwoch dick im Kalender an, da gibt es doppelte Energie für Missionen, doppelte Energie, Leute, doppelte Energie, das bedeutet, wow, also ich glaube mal, dass nur die Grundenergie doppelt ist, also nicht die komplette, das wäre, hm, das wäre episch, wenn, man hat ja 300, ne, man hat doch 300 Energie, 100 normal und viermal aufladen, wenn das dann doppelt wäre, das wären ja 600 Energie, ne, ich glaube, es wird nur die 100 verdoppelt, das heißt, man hat dann 400 Energie anstatt 300, aber das ist auch schon ein krasser Vorteil, also da solltet ihr auf jeden Fall versuchen, aber egal, komplette Energie runter zu rasseln, denn das ist ordentlich, was ihr dann aufholt und ich muss da natürlich auch mit Donuts ran, weil am Dienstag, äh, gerade am Mittwoch an dem Tag hat meine Freundin frei und möchte was mit mir unternehmen und da muss ich natürlich dann wieder ordentlich Donuts einsetzen, aber was tut man nicht alles für die Liebe, ne, oder für die Liebsten. Ja, ansonsten, es gab auch mal so eine Phase, ist sie gerade hier, ich gucke gerade nebenbei, nein, gerade sie ist sie nicht, aber da gab es noch eine Phase, hab ich drei Missionen nacheinander verloren, ey, das war schon, da hab ich mir schon gedacht, oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Und am Ende des Tages, kann ich euch schon mal vorwegnehmen, ähm, war ich nicht ganz vorne. Ich hab ein Screenshot gemacht, als ich durch war mit meiner ganzen Energie, da war ich auf Platz 1, aber, am Ende des Tages, ich hab kurz vor 24 Uhr nochmal geguckt, mit dem Handy, hab ich gesehen, dass Thanatos mich noch überholt hat und noch irgendjemand, ich weiß gerade nicht mehr wer, aber es hatte mich noch jemand überholt. Da war ich dann nur noch auf Platz 3 und das ist dann natürlich schon wieder kritisch, ja, Thanatos meinte, der hatte zwei, drei Heldentaten dabei, wo er jeweils 10.000 Erfahrungen bekommen hat, frage ich mich zwar, welche Heldentaten er da hat, aber nun gut. Ähm, und Sondereinsätze hat er auch gemacht, das ist bei mir auch keine Alternative, vor allem, weil es da nur 900 Ehre gibt, also Pustekuchen. Aber ja, die Heldenwochen sind wirklich Avesim, freue ich mich drauf, ähm, gerade am Mittwoch, wie gesagt. Achso, und am Donnerstag ist dann doppelter Shop Refresh, ist jetzt auch nicht so interessant, aber am Freitag nochmal doppelte Trainingseinheiten, doppelte Trainingseinheiten, das ist auch was sehr Feines, das heißt, ihr dürft dann 20 Mal trainieren ohne Trophäen, wer noch Trophäen hat, der natürlich dann jeweils 5 Mal mehr, beziehungsweise, das wird ja morgen geändert. Morgen ist großes Update, an alle als Info. Wer gespendet hat am Samstag, bekommt da sein T-Shirt ins Postfach, würde ich sagen, oder direkt in den Helden, weiß ich gerade gar nicht, aber der bekommt auf jeden Fall sein T-Shirt. Fluthelfer 2013. Ich gucke mal kurz, ich muss mal kurz eine neue Mission ansetzen, ne. Ähm, so, ne schwere Mission, hoffe ich nochmal, dass ich die gewinne. Ähm, ja, kriegt man das Fluthelfer T-Shirt und natürlich kommt ein Update, das heißt, es kommen wahrscheinlich neue Futures, ich hoffe auf jeden Fall auf einen neuen Sondereinsatz, das sollte eigentlich mal drin sein. Es wurde jetzt schon lange nicht mehr daran gedacht, es wurde jetzt ein neues Gebiet gemacht, hier Jollywood, Jollywood. Ähm, es wurden neue Items und alles gemacht, aber sie meinten ja letztens, ähm, sorry, ich hab immer noch Heuschnupfen, wem verwundert's, ähm, dass sie jetzt nur nach aller drei Wochen ein Update bringen und dafür, dass aber dann ein richtiges Content, also Inhaltsupdate wird, also nicht nur Bugfixes oder so, sondern wirklich neue Inhalte kommen und da erhoffe ich mir einfach mal, dass da Sondereinsätze einen großen Teil anbieten. Bis jetzt weiß man ja, dass, ähm, die Trophäen umgeschalten werden, also, bei der Mut-Trophäe soll ja einmal Shop-Refresh dabei sein, das heißt, man darf jeden Tag dann zweimal seine Second-Hand-Shop-Sachen, ähm, äh, neu machen, sobald man eine Mut-Trophäe hat, wenn man, ich glaube einfach mal, wenn man dann drei Mut-Trophäen hat, darf man das insgesamt viermal am Tag, das wäre natürlich nice. Na, wobei, viel bringt es trotzdem nicht, aber macht die Mut-Trophäe auf jeden Fall ein bisschen ansehnlicher und die Trainingstrophäe wird abgeschwächt, indem sie nur noch drei Trainingseinheiten bietet. Das heißt, wo man früher mit zwei, ähm, Trainingstrophäen zehn Trainingseinheiten, also einen Punkt, in der, wenn man natürlich in der hohen, ähm, Stufe ist wie ich, wo man für einen Trainingspunkt, also für fünf Skill-Punkte beim Training zehnmal trainieren muss, haben früher zwei Trophäen gebracht, jetzt bringt es nicht mal drei Trophäen, weil die drei Trainingseinheiten, das heißt, insgesamt neun Trainingspunkte hat man, wenn man drei Trophäen hat, da fehlt trotzdem noch ein Trainingspunkt und fünf Skill-Einheiten. Also für mich ein sehr klare, ja, klarer Abfall bei dieser Trophäe, deswegen finde ich jetzt irgendwie, gerade auch durch das Turnier, durch das Wochenturnier, die hier, ähre, blablabla, Energietrophäen einfach besser. Penny meinte zwar, auch andere meinten noch, ja, die Trainingstrophäe sei immer noch das Nonplusultra, aber irgendwie sehe ich das nicht mehr so. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr immer noch denkt, ja, Trainingstrophäe ist die beste Trophäe, die es gibt, oder, ob ihr die Energietrophäen besser findet. Also, ich sag mal so, in meinem Stufenbereich ist die Energietrophäe, glaube ich, noch besser, aber dann so, wenn man schon die 300er Marke ankratzt, dann bringt Energie fast gar nichts mehr, meiner Meinung nach. Da muss man dann wirklich schauen, dass man die Skill-Punkte nach oben hält und das dann ordentlich da reingepuffert wird. Ansonsten, was gibt's noch so zu erzählen? Hm, nix eigentlich. Achso, ja, was mich total angekotzt hat. Ich hab ja letztes Mal, ähm, hat ja Hero Zero einen Hänger gehabt, da musste ich mich neu einloggen. Da hab ich wirklich den dümmsten Fehler überhaupt begangen, noch zu sagen, ja, bitte macht nix mit meiner E-Mail-Adresse. Wirklich, Leute. Also, ich hab ja wirklich gedacht, ja, wenn ich das sage, dann wird's vielleicht besser und dann macht's keiner. Aber es wurde schlimmer. Ich hab jetzt innerhalb, ich weiß nicht, wann ich den Part hochgeladen hab, am Samstag oder am Freitag, in der Zeit hab ich über 10 Passwort-zurücksetzende Anforderungen bekommen. Ich muss mal kurz gucken, welche Mission hier gut ist. Äh, ha. Mach mal kurz nen Donut rein. Achso, ich hab sie gewonnen. Das heißt, zack, zack. Ähm, und noch ne 10-Minuten-Mission. Die tue ich natürlich nicht überspringen. Ja, auf jeden Fall hab ich da 10 neue Passwörter zugeschickt bekommen. Und 0-0 ist ja so schlau. Ne, die schicken nicht erst einen Link, ob man das wirklich angefordert hat. Nein, die schicken sofort ein neues Passwort. Das heißt, ich muss dann immer erst in meine E-Mail gucken, das neue Passwort, muss das eingeben, muss das dann wieder umwechseln. Und das krasseste war, ja, das hab ich ja gesagt, ja, okay, das stört mich nicht allzu sehr. Mach ich das halt. Das krasseste war, jemand hat wirklich gestern ne Support-Anfrage geschickt. Über meine E-Mail, über meinen Schlüpperstürmer-Account. Also, er musste sich nicht einloggen. Er ist einfach aufs Ticket gegangen, hat dann meinen Namen, Schlüpperstürmer und meine E-Mail angegeben und hat dann eine Support-Anfrage im Sinne von, ja, mein Game hängt schon wieder, helfen Sie mir. Zum Glück bekomm ich ja bei jeder E-Mail gleich ne Nachricht. Auf meinem Handy hab ich gleich geantwortet, hab geschrieben, ja, hier, sorry, da hat sich mit meiner E-Mail, bla, bla, bla und so. Und da hat die Supporterin gleich geschrieben, ja, kein Problem, es wurde erledigt. Also, Leute, das fände ich wirklich unter aller Sau. Ich hab jetzt auch meine E-Mail geändert, also ihr braucht's gar nicht mehr weiterprobieren. Meine E-Mail ist jetzt an keinem Account bei Hero Zero mehr gebunden. Also, das fand ich wirklich, fand ich wirklich ein starkes Stück. Also, fand ich nicht gut. Ich hoffe, die, die es gemacht haben, fühlen sich angesprochen. Ich hoffe, ihr hört auf damit. Okay, ihr könnt's jetzt eh nicht mehr, weil meine E-Mail ist jetzt eh geändert. Aber das war wirklich nervig. Ja, ansonsten, hoffe ich, euch hat dieser Part gefallen, auch wenn es mal ein anderer war. Das war mal ein bisschen Commentary. Ich möchte das jetzt eigentlich nicht mehr machen, weil ich es irgendwie sinnvoller finde, wenn ich während des Aufnehmens des Bildes auch spreche. Weil jetzt im Nachhinein tue ich mich nicht so sehr auf das Dings konzentrieren. Jetzt war meine Energie vorbei. Ihr seht nochmal kurz mein Konditionsoutfit. Das habe ich da nochmal kurz gezeigt am Ende. Und ansonsten gibt's nicht mehr viel zu erzählen. Jetzt werde ich gleich, also, wenn meine Energie vorbei ist heute Abend, werde ich noch ein Part aufnehmen, euch noch zeigen, wie es sich ausgekäst hat. Und ich werde jetzt hier gleich auch einblenden, wenn ich die Musikaufnahme beendet habe, werdet ihr hier jetzt wahrscheinlich auch noch sehen, wie die Missionsverteilung war, wie viel ich gewonnen habe, wie viel ich verloren habe und wie viel Zeitmissionen dabei waren. Und dann könnt ihr das so von Tag zu Tag vergleichen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für den heutigen Part. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, dass ihr auch bei den nächsten Parts zuschauen werdet. Diese Woche wird wirklich knaller. Also jeden Tag eine Folge... Oh, Entschuldigung. Ich habe Aufsätze. Das gibt's doch nicht. Jeden Tag eine Folge. Hier seht ihr nochmal die sechs Angriffe. Ja, und ich hoffe, ihr seid damit zufrieden und bis zum nächsten Mal. Euer Schlipperstürmer.